Ihr Bescheid vom Finanzamt zum neuen Grundsteuermessbetrag ist da. Jetzt fällt Ihnen auf, dass sich da ein Fehler eingeschlichen hat. Müssen Sie damit nun die nächsten 14 Jahre leben? Genau darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen beim Bund der Steuerzahler Hessen. 2025 greift die neue Grundsteuer. Allein in Hessen werden dafür 2,8 Millionen Grundbesitze im Rahmen einer sogenannten Hauptveranlagung zum Stichtag 1.1.2022 neu bewertet. Die nächste Hauptveranlagung ist erst in 14 Jahren, also für 2036 vorgesehen. Also Ihr Bescheid, der wird relativ lange Bestand haben. Was aber, wenn Ihnen jetzt auffällt, dass da ein Fehler enthalten ist, dass Sie vielleicht auch in Ihrer Erklärung falsche Angaben gemacht haben. Wenn Sie also zum Beispiel in Ihrer Erklärung den Keller fälschlicherweise als Nutzungsfläche angegeben haben, dann kann das je nach Hebesatzfaktor und Fläche über die 14 Jahre mehrere tausend Euro ausmachen. Zunächst haben Sie ja eine Einspruchsfrist von einem Monat. Deshalb sollten Sie den Bescheid nach Erhalt direkt sorgfältig prüfen und, wenn Ihnen der Fehler auffällt oder ein Fehler auffällt, auch unverzüglich Einspruch einlegen. Was aber, wenn die Einspruchsfrist abgelaufen ist und Ihnen der Fehler erst danach auffällt? Die gute Nachricht. Im Hessischen Grundsteuergesetz ist geregelt, dass bei einem fehlerhaften Bescheid, bei einer fehlerhaften Veranlagung, der Steuermessbetrag neu festgesetzt wird. Das heißt, wenn ein Fehler in der Berechnung erfolgt ist, ein Fehler in der Veranlagung erfolgt ist, erfolgt eine Neuveranlagung. Dabei ist es unerheblich, ob der Fehler auf Seiten des Finanzamts passiert ist, zum Beispiel bei der fehlerhaften Übernahme Ihrer Daten oder bei der Berechnung, oder ob Sie in Ihrer Erklärung fehlerhafte Angaben gemacht haben. Wenn Ihnen also nach Ablauf der Einspruchsfrist ein Fehler auffällt, dann stellen Sie einen Antrag auf fehlerbeseitigende Neuveranlagung bei Ihrem zuständigen Finanzamt. Diese Neuveranlagung, der neue Steuermessbetrag, der gilt dann zwar erst zum nächsten 1.1., aber das ist noch unschädlich, weil die Grundsteuer sowieso erst 2025 greift. Wenn Ihnen der Fehler aber erst zum Beispiel 2025 auffällt, Sie diesen Antrag auf fehlerbeseitigende Neuveranlagung erst 2025 stellen, dann kann der Bescheid erst für Anfang 2026 geändert werden und so weiter. Wichtig für Sie ist also, dass mit Ihrer abgegebenen Erklärung das Thema Grundsteuer für Sie noch nicht erledigt ist. Fehlerhafte Bescheide können teuer werden und deswegen sollten Sie den Bescheid nach Erhalt sorgfältig prüfen, am besten natürlich innerhalb der Einspruchsfrist, spätestens aber vor 2025. Dazu finden Sie auf unserer Service-Seite grundsteuer-hessen.info zahlreiche Hintergründe und Tipps und auch Videos mit den häufigsten Fehlern in der Erklärung zur Berechnung der Grundsteuer in Hessen oder zur Wohnfläche. Gerne halten wir Sie zum Thema Grundsteuer sowie weiteren steuer- und finanzpolitischen Themen auf dem Laufenden. Am besten, Sie abonnieren gleich unseren YouTube-Kanal sowie unseren Newsletter. Die Links finden Sie in der Videobeschreibung.